Ach, wie fliegt der Bicke wieder auf den Brauch. Stimmst du? Ja. Und der Bicke wieder auf den Brauch. Wir sind ja jetzt mit dem Auto voll und auch mit dem Auto. Ach, ach, wie finde ich. Da geht's wieder nach unten. Das ist nicht so. Jetzt guck mal, guck mal, guck mal. Wir fahren wieder auf der Straße. Wir fahren wieder in die Stadt. Wir fahren jetzt in die Karakassen in die Kärgolsthebau. Wir fahren in die Pfahl. Ah! Oh Gott. Wir fahren in die Kurve. Wir sind hier rein auf der Kärgolsthebau. Wir haben eine Sache auf Youtube. Ich hab keine Ahnung. Hui! Wo soll die Haare dran liegen? Nein, klar. Bremse! Äh, was? Da war gar keine Bremse! Ich hab keine Ahnung. Nein, klar, keine Ahnung. Da war keine Ahnung. Da war eine Bremse. Ja! Nein, nein! Woh! Gott, das ist es!